Hey Leute, willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Nioh 2, wo wir gerade in der Nebenmission auf der Yo-Kai-Jagd sind. Wir haben hier schon einige Gegner niedergeschnetzelt und jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich hier... Ne, ich setze mich jetzt nicht an... Oh, Gott. Ob ich mich an den Schrein setze. Oh, Gott. Oh. Oh. Muss man dir wieder helfen? Ne, manchmal... Oh, Gott, oh, Gott. Der kam jetzt etwas plötzlich durch den Boden. Puh. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und zwei Schutzgäste habe ich auch immer noch nicht... ...ausgerüstet. So. Oh, 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 oh. Oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 lass mich hier raus, lass mich hier raus. Oh, 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 oh. Gott, Kopf abgebissen. Heilen. So, jetzt muss ich hier aufpassen, oder? Jetzt kommt dieser... ...aus dem Boden. Bisschen eng hier alles. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, hey, wie soll ich zielen können? Sind wir jetzt immer noch nicht durch? Offensichtlich nicht. Okay. Oh. Ach, mit dem kann ich sprechen. Mission abgeschlossen. Okay. Gut, jetzt sammle ich aber hier noch Krempel ein. Ach, hier komme ich nicht mehr raus. Na super. Also das finde ich irgendwie ein bisschen doof, dass wenn man hier den Boss besiegt hat, dass man dann hier nicht mehr rauskommt. Naja. Okay. Ich denke, ich werde jetzt hier ein bisschen upgraden, ein bisschen mein Zeug schmieden. Mal gucken, ob ich noch irgendwie was zusammenschmieden kann. Und dann geht es hier gleich weiter. Weil ich will euch da nicht langweilen mit meinen ganzen Experimenten, die ich hier mache und Seelenkernen verschmelzen und was weiß ich. Okay. Wir sehen uns gleich. Okay. Nach einem bisschen Upgrade hier beim Schmied beziehungsweise bei der Holden-Schmiedin habe ich mir jetzt überlegt, wir machen jetzt hier diese Nebenmission, das Ende der Abgeschiedenheit. Ja. Keine Ahnung. Es gibt vier Pfeile, Donner, Geschütz, Munition. Das kann ja nie schaden. Und eine Geste und ein bisschen Waffe, die ich allerdings nicht brauche. Aber egal. Wir gucken da jetzt mal rein. Oishi hat da einen Auftrag für uns. Ich trete voller Demut vor dich und hoffe, dass du dir meine Bitte anhören wirst. Es hat Gespräche mit dem Asai-Klang gegeben und ich soll nun Fürst Asai Nagamasa heiraten. Aber ich fürchte, dass die Straße noch nach Uumi alles andere als sicher ist. Es gibt dort einen Wald, in dem eine Horde Yokai haust. Würdest du diese Bestien bitte aus dem Wald vertreiben? Das machen wir doch. Wir sind ja hier der gefürchtete Yokai-Jäger. Genau. Schauen wir uns das mal an. So. Erstmal hier. Ups. Beten. Wie gesagt, ich weiß immer nicht, ob das hier notwendig ist oder nicht. Ich habe jetzt übrigens einen zweiten Schutzgeist noch ausgerüstet. Kann ich den da umschalten? Wie mache ich denn das? Hä? Wo mache ich denn das? Das. Hm. Weiß ich gar nicht. Wie kann ich denn den wechseln da oben? Mit was für einer Taste. Ah. Okay. Gut. Okay. Gut. Haben wir das auch rausgefunden? Es war die L1-Taste. So. Aber dann ist die Aufladung jetzt weg. Hatte ich da vorher eine Aufladung? Weiß ich gar nicht. Okay. Gut. Wir gucken uns jetzt hier mal um. Hier gibt es nichts. Oh. Da sind schon viele gestorben hier. In diesen glühenden Pilzchen gibt es ja auch oft was zu finden. Deswegen laufe ich da immer gerne durch. Da gab es ja auch schon mal ganz am Anfang so ein Gebiet. Eine Lebenmission. Oh. Oh Gott. Ich würde gerade sagen, ist das auch wieder so ein Oh nee. Ah. Oh. Blöder Vogel. Habe überhaupt nichts gesehen, aber dieser Vogel da, den finde ich auch nervig. Also diese eine Yokai auf diesem Hupf stecken oder dem... Und dieser Vogel hier ist extremst doof. So, dann laufen wir hier wieder rein. Ich habe die Befürchtung, ich muss hier... Ich muss hier jede Menge von diesen Gegnern... Ich muss mal den hier... Wo bist du? Mein Güte! Ja, das ist ja supi wieder. Also ich probiere es nochmal und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann hole ich mir hier irgendwo... Irgendjemanden zur Hilfe, so... Irgendwie... Ach! Jetzt sterbe ich schon an diesem blöden Schirm hier. Ich habe geblockt! Ich habe geblockt! Mist! Ach nee! Also ich stelle mich auch hier an. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt hier einen zur Hilfe. Es ist bloß eine Nebenmission. Wien haben wir denn hier? Wien haben wir denn hier? Drei Becher. Naja. Oh, Munition gibt es hier auch. So. Oops. Oopsie, oopsie. So. Oh nee! Oh nee! Was ist das blöde Nebenmission? Was ist das blöde Nebenmission? Was ist das blöde Nebenmission? Ach Gott, ich bin zu langsam. Viel zu langsam. Viel zu langsam. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott. So. Was ist das blöde? Oh. Oh mein Gott! Ach, es ist jetzt wieder hier so ein Gebiet, wo man mehrfach von irgendwelchen Yoki-Wellen überfallen wird. Ah mein Gott, Yoki-Wellen. So, und jetzt? Einfach hier weiter, oder? Ah nee. Okay. Hier nicht lang. Schon wieder falsche Richtung. Gut, dann. Hier geht's nicht lang, dann geht's ja wohl hier lang. Oh Gott. Na, wieso werfe ich jetzt hier nichts? Hallo? Nein, das sind die Special Friends hier. Schon fast tot. Oh nee. Oh nee. Ich sehe nichts. Oh, meine Güte. Ich seh nichts. Gut, mein wackerer Mitkämpfer ist offensichtlich gestorben. Tut mir jetzt sehr leid, aber in diesem Getümmel bin ich ja sowieso überfordert. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo bin ich denn hergekommen? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, ich bin da von da oben gekommen. Ah ne, ich muss hier hin. Gut. Ich sollte mal auf meine Karte gucken. Nehmen wir hier wieder jemanden mit. Oh, Nihiri. Das Reisböllchen. So. Ups. So. Sonst noch? Oh mein Gott. Achso, hier muss man wieder diesen Baum hier zerschlagen. Glaube ich. Oder nicht. Ups. Ich sehe gar nichts. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Boah, was für eine Nebenmission. Hey, das ist ja eine Kacke. Ich glaube, ich lasse in Zukunft diese blöden Missionen. Jetzt habe ich eben keine gesammelt. Vielleicht sollte ich die mal hier ablegen. Okay. Boah, 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 boah. Aber vielleicht sollte ich mir den hier mal reintun. Genau. Dann funktioniert das vielleicht ein bisschen besser. Das ist unglaublich. Mann, Mann, Mann. Ach, du lieber Himmel. Ich gucke mir hier stundenlang beim Sterben zu. Äh. So. Cooles Outfit. Cooles Outfit. Äh. Ich blocke doch das hier. Ich bin damit. Ja, 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 ja. Oh Gott. Ah. Oh. 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 Was schießt mich denn hier von oben immer? Mission abgeschlossen. Na Gott sei Dank. Ah. Was für eine Kacks Mission. Ich muss das Zeug einsammeln. Hier kommt man nicht weiter. Okay. Gut. Hier liegt nichts mehr. Dann gehen wir mal zurück. Also diese Mission finde ich jetzt nicht so prickelnd. Wo man hier so gegen Horden sich behaupten muss, ist jetzt nicht so meins. Wahrscheinlich bin ich auch einfach zu schlecht hier, um meine ganzen Fähigkeiten da auszunutzen. Ein Roku-Robi-Seelenkern. So, was haben wir denn sonst noch hier? Hier haben wir noch eine Nebenmission, die wir noch nicht gemacht haben. Und hier gibt's auch noch eine Nebenmission, die wir noch nicht gemacht haben. Boah. Was haben wir hier? Bitte, bitte brauch ich nichts. So, gut, dann gehen wir noch mal hier. Das Weise Urteil des Metamorphs. Hey, wir müssen sofort nach Sonomata. Ein kleiner Streit ist dort zu etwas sehr viel Ernsterem eskaliert. Kuroko und Fürst Katsui bereiten sich auf einen Krieg vor. Nur du kannst die Lage beruhigen. Entweder mit Worten oder mit Gewalt. Lass mich raten, mit was ich da die Lage beruhigen soll. Ach, das war der Ort hier mit dem vielen Wasser und den Brücken und dem Zeug, oder? Ach, mein Freund, der Wassermann. Hallo? Kann ich mit dir quatschen? Ist er mit ihm verbündet? Okay. Ah, und der ist jetzt weg. Achso, ich hätte mir da jemanden aussuchen können, mit dem ich mich verbünde. Sehe ich das richtig? Hm. Okay. Gut, let's go. Schauen wir mal. Wir müssen da rüber irgendwie. Und da unten ist nochmal ein Schrein. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Egal. Egal, so. Dann haben wir da unten. Dann gehen wir nochmal runter und gucken. Eine japanische Schere haben wir gekriegt. Was genau tue ich hier? Und schon wieder ein Schrein. Also Schreine haben wir ja hier jetzt genug. So. Gut, hier unten ist jetzt offensichtlich nichts mehr. Doch, eine Kiste. Eine Kiste. Und wieder so viel Krempel. Ich war das letzte Mal, glaube ich, eine halbe Stunde damit beschäftigt, irgendwie Zeug wegzuschmeißen, zu verkaufen, zu zerlegen. Jetzt können wir hier irgendwie weiter, oder ist hier Schluss? Oh, ich glaube, da kommen wir nur da runter. Oh, eh schon waren da drüben. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Alle sind stark hier und ich bin so pupsig schwach, habe ich immer das Gefühl, obwohl so schlimm ist es eigentlich gar nicht. So, was bewachst du hier Schönes? Ich glaube, wenn ich das nochmal mache hier, das Spiel, obwohl ich glaube, ich werde es nicht nochmal spielen, das ist mir einfach zu lang. Ich mag eigentlich so Spiele, wo ich so in 20 bis maximal 30 Stunden durch bin. Das ist jetzt hier so nicht der Fall. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber die Nebenmissionen muss ich zumindest machen, weil... weil ich sonst keine Punkte durchs... weil ich sonst keinen Amerita zum Aufleveln habe. Äh, machen wir jetzt hier weiter oder hier? Ging's hier noch weiter? Hm. Ups. Schießt der mir in den Rücken. Böse. Böse. Ah. Urgh. Hast du auch einen hier niedergemetzelt? Oh ja, hier drin. Okay, gut. Kann man dich auch alleine loslaufen lassen hier, lieber Wassermann. So, hab ich die hier unten eigentlich? Nee, hier hab ich noch nix eingesammelt. Ach, das waren zwei. Ach, du Schütt. Ach, Gott. Ach, nee, das... Ach, ich hab's schon kommen sehen. Oh, mein Güte. Falsche Haltung. Und dann zu weit weg. Ich hab mal versucht, hier mit einer anderen Haltung das Ganze zu machen. Das sollte ich nicht tun. Ach, so. Immer schön dabei bleiben, was gut funktioniert. Also, bei mir jedenfalls. Irgendwelche Experimente sind da immer ganz schlecht. Ach, Gott. Hm. Ups. Wer schießt denn hier? Oh, cooler Move hier. Blödmann. Ja, komm mal hier runter. Doofi. Ach. Ja, ist gut. So, zur Ruhe hier. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ach, kleiner Geisterstein. Na, besser als nix. Besser als nix. So, jetzt sind wir aber hier den anderen Weg runtergelaufen. Okay. Da ist ein blauer Punkt da drüben. Was soll ich da? Schauen wir mal. Hier, wo ist denn das? Da irgendwie. Mal gucken. Ah, eine Kiste. Ach, sind jetzt hier Kisten bei mir als blaue Punkte gekennzeichnet? Also ja, mal cool. Oder ist das die Belohnung für diese... äh... Nebenmission? Keine Ahnung. So, schauen wir uns hier mal um. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, gut, hier waren wir ja schon. Mussten wir da unten weiter oder hier oben weiter? Schauen wir mal. Den hatte ich, glaube ich, noch. Sneaky, sneaky. Oh, lauter Munition. Munition kann ich gut brauchen, denn... Ich glaube, bei Pfeilen hatte ich schon so ein bisschen... Geht das hier weiter? Nee, komme ich gar nicht weiter. Wieso komme ich hier nicht weiter? Mist. Ach so. Ich muss da noch mal runter. Okay. Bei Pfeilen hatte ich schon so ein bisschen... Lagernotstand. Okay. So. Geht das? Dann müssen wir jetzt wohl hier weiter. Da oben ging es ja irgendwie nicht. Wo bin ich denn da gestorben? Ach, hier, weil ich... gedacht habe, das wäre nur einer und das sind zwei. Okay. Ach, daneben geschossen. Mist. Jetzt kommen die wieder beide. Anvisieren könnte auch nicht schaden. Ich glaube, du schuldest mir nix, guter Mann. Ähm... Ähm... Ah, das war gefühlt jetzt, glaube ich, doof. Ach, Mist. Ich habe trotzdem immer nur noch 20 Pfeile. Bisschen wenig. Äh. Das war jetzt doof, dass ich mich da wieder hingesetzt habe. Na, egal. Oh. Hm. Elixiere. Ich habe jetzt mal geguckt, ich konnte mir beim Schmied gar keine Pfeile basteln lassen irgendwie. Ach, hier kann man runter. Also nicht, wenn ich da jetzt nicht unbedingt runter muss. Also wenn ich nicht unbedingt da runter muss, dann würde ich lieber hier oben bleiben. So, ich gucke nochmal. Da war doch noch so ein Gegner hier. Ah, vier Pfeile. Dankeschön. Und nochmal zwei Pfeile. Wie gesagt, Pfeile kann ich gut gebrauchen. So viel habe ich jetzt irgendwie nicht. Ah, da ist noch eine Kiste. Die sollte ich mir ja vielleicht doch holen. Oh. Kiste ist bewacht. Aber das kann uns nicht aufhalten. Wir sind ja hier die großen Yokai Kämpfer oder so. Okay. Dann gehen wir wieder rauf. So. Wo müssen wir jetzt hin? Hier weiter, oder? Hm. Hello? Den kann ich auch nicht. Mist. Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Hm. Da. Zack, die Bohne. Muss mich ja nicht immer prügeln hier. Oh, wir haben hier eine Mietzi. Oh, oh, eine Mietzi und ein... Genau, Mietzi. Kommt mal mit. So, schauen wir mal. Oh, nee, du holst jetzt keine Hilfe. Oh, Gott. Oh, ich bin ja. Oh, ich bin ja. Oh, ich bin ja. Oh, Gott. Hallo. Oh, shit. Wir müssen heilen hier. Sorry. So, jetzt hat es sich aber hier ausgefeuert. Gott sei Dank sind die Bogenschützen nicht auch so stark. Die Bogenschützen sind ja immer etwas schwächer auf der Brust hier. Nicht, dass ich wüsste, wo ich jetzt hin muss, aber zumindest sammle ich hier mal Zeug. Wie viel Munition habe ich denn noch? Vier. Ich ballere mir hier den Weg frei. Kanonen gibt es ja auch irgendwie. Habe ich allerdings noch nicht feststellen können, wo man die findet. Also ich habe jetzt jedenfalls keine gefunden. So, ah, hier ist ein Schreinchen. Können wir ja hier einen Stufenaufstieg machen, glaube ich, oder? Ja. So. Ausdauer. Oder? Stärke. Na, Kampfer für zwei verwende ich ja nie. Ausdauer. So, gut. Weiter geht's. Ähm, wahrscheinlich habe ich da hinten jetzt noch was liegen lassen, das ist mir ja jetzt egal. Und hier kommen wir auch nochmal runter. So. Ich schieße mir hier feige den Weg frei. Meisterschützebogen. Es wäre mal schön, wenn ich irgendeinen lilanen Bogen bekommen könnte hier. Ich meine, meiner ist zwar jetzt nicht schlecht, den ich habe. Aber. Man kann ja nie genug Angriffskraft haben. So. So. Elixier. Hm. Ah, das gibt's ja wohl nicht. Die mit ihren Kanonen. Oh, hier ist wahrscheinlich der Boss. Vielleicht kann ich bei denen eine Kanone erbeuten. Vielleicht. Wahrscheinlich aber nicht. Sneaky, Sneaky. Wassermann, bleibt dicht hinter mir. Ich krieg nur ein Elixier. Mist. Oh Gott, Gott. Ich falle hier noch runter. Meisterschützebogen. Ups. Ups. Jetzt hat's ja gefallen. Gut. So, dann gehen wir mal zum Boss. Damit auch diese unsägliche Nebenmission ein Ende hat. Aber so eine Kanone hätte ich ja auch gern, Leute. So, was kriege ich jetzt hier für einen Boss? Sollen wir noch jemanden mitnehmen? Nee, wir nehmen jetzt keinen mit. Wir schaffen das so. Vielleicht. Oh Gott. Hat er sich jetzt geheilt? Nee, oder? Ich hänge fest. Ja, er hänge fest. Der heilt sich. Was ist denn das für ein... Da hat er wohl nie wahr sein. Na, komm. Okay, wir haben die Mission abgeschlossen. Hier gibt's Zeug, aber immer noch keine Kanone. Schade, schade, schade. Okay. Fortfahren. Ausgangsbuch zurück. Gut, ich sehe schon, ich setze es viel zu wenig so Yo-Kai-Fähigkeiten ein. Muss ich doch noch mal mehr üben oder eher dran denken. Im Eifer des Gefechts fällt mir da immer nix ein. Okay. Gut. Das haben wir... Sprenggeschosse haben wir gekriegt. Cool. Ach, und wir bekommen jetzt noch mal Sprenggeschosse, wenn wir das noch mal machen würden, oder? Ja. Ähm, okay. Jetzt haben wir dann hier noch eine Nebenmission. Und dann machen wir in der Hauptmission weiter. Genau, ich glaube, hier haben wir jetzt alles. Ja. Genau. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao.